so herzlich willkommen clicker heroes quatsch back to the turn x2 level 8 level 9 was los mit mir hyper threading i have hyper threading stand da gerade so okay zwei sequels what the fuck hier aber da draußen was los ist hier ach du scheiße Oh, Alter, ich speichere es mal nochmal. Digger! Wir haben doch keinen Scham bekommen. Ah, kriegt sogar was. Nice. Dann gleich nochmal speichern. Äh, danke. Oh, Alter, man sieht hier gar nichts. Oh, Alter. Leider gibt es für Doom for Doom keine Taschenlampe. Scheiße, Treppe! Oh, mein Gott, nein, 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 nein. Alle weg, alle weg. Boah. Warum teleportiert sich immer so viel rein? Oh. Oh. Oh, oh. Oh. Oh, oh. Oh. Hey, anzau, zieh, 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 gott, damn it. Nein, keinem, wenn nicht. Oh, Alter, erst ab jetzt, gleich zwei? Oh, Alter, oh, scheiße. Digga, was? Ähm, ich bin das jetzt gefickert, ey? Alter. 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 Jawohl. Nice. Der werdet ihr gefickt. Der werdet ihr gefickt. Der werdet ihr gefickt. Der werdet ihr gefickt. Digga. Ach, die Spinnen da hinten. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Okay. Ich denke, kann das sein, dass das andere da eine Spinne war? Ja, lol. Die ist schon leider halt sehr lang. Und ich weiß nicht, wo ich schon muss. Oh! 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 ok er kommt auf geschissen ganz jetzt kommt was gut bekommen gewonnen wie also also ein secrets oder sowas aber ganz ehrlich das war die geile die geschweinig vor allem fucking selber die man als erst bei der mastermind der wiener kann man wieder mit neuen und direkt jetzt schon an mit überkraften überging an na gut in dem sind würde ich mal sagen schauen wir uns dann morgen zur nächsten folge die folge war jetzt gerade eher kurz